Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung muss wachsende Überstundenberge sicher vor Verfall schützen. Beamtinnen und Beamte haben die Kompensation ihrer unvermeidbar anfallenden Mehrarbeit verdient. Dies ist der Tenor des FDP-Antrages, dessen Zielrichtung zu diesem Zeitpunkt ja wohl mehr als offensichtlich ist. Lassen Sie mich dennoch zunächst einen Punkt des Antrages wohlwollend aufnehmen. Unser Dank muss allen Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen gelten, im öffentlichen Dienst. Wir verdanken Ihrem persönlichen Einsatz, Ihrem Engagement und Ihrer Tatkraft, dass der Staat überhaupt funktioniert. Wir Grüne schätzen Ihre Arbeit und das nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Und das haben wir auch gezeigt. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, es gibt Überstundenberge aufgrund besonderer Herausforderungen und Gegebenheiten, insbesondere bei der Polizei. Das ist sehr misslich und das bestreitet auch keiner. Um diese Gegebenheiten als Problem zu identifizieren, braucht es aber nicht die FDP. Denn allein schon aus Gründen der Fürsorgepflicht ist der Dienstherr verpflichtet, Überstunden durch Dienstbefreiung oder finanzielle Vergütung zu kompensieren. Im von Ihnen angeführten Schichtdienst des Justizvollzugsdienstes verfällt auch keine einzige Überstunde. Diese Landesregierung ist aber darüber hinaus aktiv geworden. So verzichtet das Land bis zum 31.12.2020 im Polizeibereich auf eine Verjährung der Mehrarbeitstunden. Bis Ende 2020 muss das Problem also gelöst sein. Und dies sicherlich im guten Einvernehmen mit den Gewerkschaften, insbesondere mit den Polizeigewerkschaften. Auch lese ich in Ihrem Antrag keine Zeile darüber, wie Sie mit den Beamtinnen und Beamten während Ihrer Regierungszeit umgegangen sind. Ich kann Ihnen da mit einem einfachen Stichwort auf die Sprünge helfen, nämlich Personalabbau. Das war Ihr Herzensthema, nicht die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Verschlankung der Bürokratie zur Kostenminderung des Landeshaushaltes. Und ein Stichwort PEM. Ganze Flure standen in Verwaltungen leer, weil Sie Beschäftigten mit einem attraktiven Angebot in den Ruhestand gelockt haben. Sie haben allein in Ihrer Regierungszeit bei der Polizei die Stellen von 40.059 im Jahr 2005 auf 39.593 Stellen in 2010 reduziert. Also spielen Sie sich hier nicht als der Retter auf. Seit 2010 hat Rot-Grün den Personalkörper vergrößert, nämlich jetzt auf 40.892 Planstellen. Schwarz-Gelb hat den Personalkörper also um 466 Stellen verkleinert und wir um 1.236 erhöht. Und das sind Fakten. Vorausschauend sind auch unsere Einstellungsermächtigungen für Kommissaranwärter und Anwärterinnen bei der Polizei. Ausgangslage war 2010 1.100 Einstellungen und aktueller Stand sind 2.000. Wir haben diese Zahlen also nahezu verdoppelt. Nach Abschluss der Ausbildung tragen auch diese dazu bei, Überstundenberge nicht weiter wachsen zu lassen. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, in welcher Situation wir uns jetzt befinden, hätte Schwarz-Gelb weiter regiert. Und ich bin mir sicher, die Beschäftigten des Landes wünschen sich die Zeiten zwischen 2005 und 2010 nicht zurück, wenn sie vergleichen, was Rot-Grün hier auf den Weg gebracht hat und geschafft hat. Und diesen Weg werden wir fortsetzen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.